Hallo! Herzlich willkommen zurück zu 2 Raider. Wo müssen wir eigentlich hin? Da müssen wir wohl hin. Die rennt ja schnell. Okay, ich glaube hier gehe ich mal ein bisschen langsamer. Ich glaube hier fallen wir ganz schnell runter. Ach wie geil. Wie eine Erleuchtung. Ich würde mich nie trauen auf dem Ding hier zu laufen. Okay, los geht's. Nicht runter gucken, Lara. Woah. Nicht runter gucken, Lara. Woah. Woah. Noch einer. Ja. Oh, du Schatz. Ja. Oh, noch. Oh. Oh, fuck. Oh. Okay. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notrufer absendest. Hey. Wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Ähm. Was? Ich hab gedacht, das muss man mit der Maus machen. Und Signalreaktionssystem erreicht. Schildern Sie Ihre Lage, geben Sie Ihre Koordinaten an und warten Sie auf Antwort. Sie haben das internationale Notsignalreaktionssystem erreicht. Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon. Komm schon. Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja-ha-ha-ha! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hu-hu-hu-hu! Hey, hat Ray Hess gerade tatsächlich gelächelt? Nein. Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin. Flammen. Das krieg ich hin. Geile Scheiße da. Oh. Oh. Da haben wir's geschafft. Hier haben wir Benzin. Oh, leer. Hm. Geile Scheiße da. Super. Das sieht nicht so super aus. So. Mal sehen, ob wir was hier finden. Oh. Die liegen schon sehr lange hier. Hier. Ups. War ich nicht. Wie lang gehen die schon hier? Ah, Muni. Da liegt auch noch was. Feuer stellen. Oder unseren Feuerstab. Feuerstahl. Feuerstahl. So sollte es gehen. Feuerstahl. Ehe anzünden. Hehe. Cool. Gut, gut. Wer sucht, der findet. Mh. Da lang? Ah. Ich geh aber nochmal hier lang. Vielleicht ist da noch was. Ne. Ich ziehe das nicht. Komm, 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 komm. Na, komm. Ja. Jawoll. Jawoll. Oh, eine... Dingens... 130, was... Wie heißt die? Äh. Ne. Boah. Flugzeugteile. Flugzeugteile. Boah. Scheiße, 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 scheiße. Boah. Das war's mit der Rettung. Ich muss zu ihm. Boah. Boah, Lara. Boah. Boah, hier vibriert alles. Kann nicht richtig zielen Alter Lauf, Lara, lauf 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 doch Wow Was zum Teufel? Hau ab! Hau ab! Lara, bist du da? Ja, Granate Verdammt Das gibt's nicht Das gibt's nicht War zwar uncool der Schuss, aber egal Egal Ja, jetzt war's endgültig, das mit der Rettung Ein Lager Ich kriege es nicht aus dem Kopf Ein Sturm aus dem Nichts Bei klarem Himmel Bei ein Flugzeugabsturz los Das ist irrational Du weißt, dass es irrational ist, Lara Es muss eine Erklärung dafür geben Ich kenne sie nun auch nicht Ich muss einen Fehler gemacht haben Etwas übersehen haben Ich hätte den Himmel überprüfen müssen Einen anderen Landepunkt bestimmen Ich war nicht vorsichtig genug Und jetzt Sind sie tot Die Frau wird langsam verrückt Sie führt Selbstgespräche Das macht mir Angst 4 von 10 Laras Tagebücher Oh Mann Wo kam der Sturm plötzlich her Scheiße, scheiße, scheiße Lara Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm Er kann aus dem Nichts Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt Lara, hör zu Ich hab den Absturz gesehen Du musst also in meiner Nähe sein Komm einfach nur zu mir Okay Bin unterwegs Ja, da drin Hallo, das ist du Wir haben uns gut Wir haben uns gut Ach, wie geil Sieht Hammer aus Wah Ah Ja Waaaah Jetzt schon wieder Ja Mann, warum wirft der auch so fünft genau? Wuuu Fass Ach, ich bin... Ich hätte auch hier, zack... Ah, Mann Naja, gut Was soll's Ja, da ist noch was Oh Muss die Folge beendet Gut, gut Ich mach dann mal ne Aufmahepause To random wie die Sau Und dann... Ich renne nochmal zum Lager zurück Dann haben wir wenigstens gespeichert Dann müssen wir den ganzen Ramsch nicht... Äh, nächste Folge nochmal machen Obwohl Ah, doch, ja So Gut, gut Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Von Let's Survive Doom Raider Und dann mal schauen Wodurch sich die Amelera noch schlagen muss So, hallo nochmal Und, äh, ja Danke, dass du dir das Video angeguckt hast Ich hoffe, es hat dir gefallen Kritik und so weiter Immer erwünscht Jetzt hast du folgende Möglichkeiten Du kannst... Klick auf YouTube Und du kommst auf meinen, äh, YouTube-Channel Um dir weitere Videos anzugucken Oder auf Twitter Dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite Na, und das gleiche auch mit Facebook Ja, auf Twitter, äh, wird auch noch jeden Tag Äh, eine Folge veröffentlicht Also es wird... Es wird eine Meldung geben Das Video ist jetzt online Und, äh, wenn du bei Twitter zufällig bist Kannst du auf Follow klicken Und dann verpasst du auch kein einziges Video Wenn ich welche hochlade Oder halt ein Abo bei YouTube Dann verpasst du natürlich auch nichts Und bei Facebook Facebook ist zum größten Teil da Um einfach nur zu sagen Ja, äh, hier sind wichtige Infos Oder sowas, ne Ja Und halt rechts unten Profit, so heiße ich Nicht verwechseln, ne Also dann Wir sehen uns beim nächsten Video Oder was auch immer